Also jetzt bin ich wirklich Hacke. Das Jägermeister hilft ganz gut wegen Flugangst. Irgendwie finde ich das ziemlich surreal. Könnt ihr es euch vorstellen? Ich fliege jetzt einfach mal nach Thailand für einen Monat. Ja, einfach so. Ja. Immer gespannt, wann ich es schaffe, das Video hochzuladen. Aber es wird auf jeden Fall geilen. Dann bis zum nächsten. Ciao.